Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen. Heute möchte ich mit dir über einen Schmerz sprechen, der immer wieder im Zyklus auftreten kann und zwar immer im Zyklus Mitte. Der sogenannte Mittelschmerz. Was das genau ist, wo der herkommt und was man dagegen tun kann, das erkläre ich dir in diesem Video. Viel Spaß dabei. Vielleicht kennst du es ja auch, 14 Tage vor deiner Periode setzt er ein, ein dumpfer, ziehender, meistens auch ausstrahlender Schmerz im Unterbauch. Manchmal linksseitig, manchmal rechtsseitig. Dann ist mal wieder 1-2 Monate Ruhe und dann ist auf einmal dieser Schmerz wieder da. Und du fragst dich natürlich zu Recht, was ist das und ist das irgendwas Schlimmes? Und da wirst du sicherlich auch mal über den Begriff Mittelschmerz gestolpert sein. Dass der Mittelschmerz irgendwie was mit dem Eisprung zu tun haben könnte, das macht dir schon dieses zeitliche, zyklische Auftreten naheliegend. Und warum das Ganze passiert, das versuche ich dir jetzt mal zu erklären, denn es gibt auch verschiedene Erklärungsmodelle. Erste Erklärung ist die Follikelspannung oder auch Eierstockspannung. Kann man sich ja auch gut vorstellen, zur Zyklusmitte will ja ein Ei springen und dazu braucht es eben große, prominente Eibläschen, die sogenannten Follikel. Die werden in der ersten Zyklusphase stimuliert, sodass sie immer mehr wachsen. Es kommen also mehrere Follikel zu einem Wachstum und zwei bis drei kommen zu einem sehr großen Wachstum und nur einer, der ist ja schließlich dieser Follikel, der dann auch zum Sprung führt, zum Eisprung. Und der kann gut zwei, drei Zentimeter groß sein, dieser Follikel. Zwei, drei Zentimeter auf so einen kleinen Eierstock, das kann schon eine ordentliche Spannung verursachen. Die anderen Follikel haben ja auch mitreagiert, haben also auch eine Größenzunahme. Insgesamt wird also dein Eierstock ziemlich prominent und erfährt auch eine ziemlich große Oberflächenspannung. Wie so eine Luftblase, die kurz vorm Zerplatzen ist, so kann man sich das vorstellen. Und diese Spannung kann schon einen Reiz auslösen, den du als Mittelschmerz wahrnimmst. Jetzt kommt es aber auch oft zum Sprung und damit auch zum Austritt von Flüssigkeit und auch manchmal ein bisschen Blut in den Bauchraum. Denn diese Follikelflüssigkeit, die muss ja irgendwo hin, die läuft meistens in den Bauchraum. Der Bauchraum ist aber ausgekleidet mit dem sogenannten Bauchfell auf Schlauperitoneum. Und hier kann es eben auch zu einer Reizung führen, denn das Bauchfell findet es blöd, wenn da Flüssigkeiten sind. Blut, Flüssigkeit von Entzündungen zum Beispiel, da muss der Körper ein Signal geben, hier stimmt irgendwas nicht. Und es kommt zu einem sogenannten Peritonealreiz. Das ist die zweite Erklärung. Durch das Austreten und das Aufpoppen dieses Follikels kommt es zu einer peritonealen Reizung, was eben auch dieses ausstrahlende Schmerzereignis manchmal gut erklären kann. Dass die Eileiter sehr mobil im Beckenraum sind und im kleinen Becken sich auch manchmal frei bewegen können. Sogar manchmal die Eizelle aus dem Douglaschen Raum, dem tiefsten Raum, im Becken nehmen oder aufschnappen können. Das ist gesichert. Dass jetzt aber bei jedem Zyklus der rechte Eileiter zum linken Eierstock greift, das ist nicht der Fall. Es ist also wirklich eher ein Entgegenkommen von der Eizelle, die in den Bauchraum wandern kann. Und der Eileiter kann im tiefsten Punkt des Beckens manchmal auch so eine Eizelle aufnehmen. Dieses Erklärungsmodell ist eben kein Grund für den Mittelschmerz. Denn sich bewegende Eileiter tun per se erstmal nicht weh. Sie sind nicht großartig befestigt und flottieren die ganze Zeit im kleinen Becken. Das müsste also ständig wehtun. Wie fühlt es sich jetzt an und warum hat die eine Frau den Mittelschmerz und die andere nicht? Wenn man das wüsste, dann wäre man um einiges schlauer. Weiß man nicht, warum die eine Frau ihn spürt, die andere nicht ganz oft, wirklich verhältnismäßig sehr oft, tritt das nach Geburt gehäuft auf. Also man war schwanger, man hat ein Kind geboren und danach die ersten Zyklen merkt man den Eisprung sehr dolle. Wenn dir das auch so ergangen ist, dann schreib es mir bitte mal in die Kommentare. Und ich denke, daran sieht man schon, dass das sehr häufig nach Geburt erst auftritt. Und warum das so ist, weiß man eben nicht. Es kann auch sein, dass du von zwölf Zyklen sechsmal einen Mittelschmerz spürst und sechsmal gar keinen Mittelschmerz hast. Es ist also auch von Zyklus zu Zyklus unterschiedlich. Und auch die Ausprägung der Schmerzintensität unterscheidet sich erheblich. Mal rechts, mal links, nach hinten ausstrahlend. Und das Ausstrahlen haben wir erklärt durch die Bauchfellreizung. Das Bauchfell liegt eben überall im Bauch an, kann dementsprechend auch überall hintransportiert werden der Schmerz, wenn man so möchte. Also ein ganz individuelles Erscheinungsbild, was sich aber immer bei allen gleicht, ist das Auftreten, das Zeitliche. Und es liegt sehr oft um den Eisprung herum. Wichtiger Punkt. Es ist nicht die Definition Mittelschmerz gleich Eisprung, sondern es ist nur ein Zeitraum, wo der Eisprung wahrscheinlich stattgefunden hat. Da kommen wir gleich nochmal gesondert zu. Jetzt nochmal zu ein paar Differenzialdiagnosen, die unbedingt vorher ausgeschlossen sein müssen, bevor man vom Mittelschmerz reden kann. Allen voran sei natürlich die Endometriose oder auch Adenomyose genannt, die auch zur Zyklusmitte hin ordentlich Ärger machen kann. Auch das Pelvic Congestional Syndrome, eine Veneninsuffizienz oder auch Krampfadern um den Eierstock herum, so kann man sich das vorstellen. Denn was auch zur Zyklusmitte hin zu einem vermehrten Schmerzereignis führen kann, müssen unbedingt vorher ausgeschlossen werden, bevor man eben vom Mittelschmerz reden kann, der ja keinen weiteren Krankheitswert in dem Sinne hat. Jetzt kommen wir zu der Frage, die wir eben schon so ein bisschen am Rande beantwortet haben. Heißt denn Mittelschmerz auch immer gleich Eisprung oder Tag des Eisprungs? Das ist eben nicht so. Umgekehrt, ein Ausbleiben des Mittelschmerzes bedeutet ja auch nicht, dass du zwangsläufig auch gar keinen Eisprung hattest. Also das ist ganz individuell, aber es gibt einen Hinweis darauf, dass dort irgendwo der Eisprung war. Es ist also aber auch kein Punkt, wo man sagen kann, hier kann ich NFP, also natürliche Familienplanung, mit planen. Der Mittelschmerz ist kein hartes Indiz dafür, dass der Eisprung an diesem Tag stattgefunden hat. Das kann zwei, drei Tage vorher sein, zwei, drei Tage nachher. Denkt an die Spannung des Follikels, die ja auch schon vorher stattfindet, bevor das überhaupt aufpoppt. Es gibt also nicht den Eisprungstag an, aber Hinweise, wenn du genau rausfinden willst, wann du dein fruchtbares Fenster hast, also wann der Eisprung ungefähr stattfindet und wie du das perfekt für deinen Kinderwunsch oder auch zu Verhütungszwecken nutzt, kann ich dir nur meinen NFP-Kurs empfehlen. Den gibt es auf www.richtigwissen.de. Hier erkläre ich dir in aller Ausführlichkeit, wie so ein Zyklus aufgebaut ist, welche Symptome oder auch Zeichen dein Körper dir bietet und wie du das genau auswertest, damit du eben dein fruchtbares Fenster perfekt rausbekommst, um das entweder zu nutzen, um schwanger zu werden, Sprichwort Kinderwunsch, oder um das Ganze zu nutzen, um eben nicht schwanger zu werden, Sprichwort Verhütung. All das kann die natürliche Familienplanung nach dem Sensiplan-Regelwerk, und das erkläre ich dir in aller Ausführlichkeit, in unserem Online-Kurs. Schau dir gerne mal auf www.richtigwissen.de vorbei. Was hilft jetzt gegen den Mittelschmerz? Ich habe es ja schon erwähnt, es sind meistens so 24 bis 48 Stunden, manchmal aber auch länger, wo das Ganze Ärger machen kann und das schränkt natürlich auch im Alltag enorm ein. Was immer hilft bei aller Art von Unterbauchschmerzen, ist tatsächlich Wärme. Warum? Weil eben nicht nur dieses eine Ereignis schmerzt, sondern eben dann auch verkrampfende und mitreagierende Muskelgruppen. Das kann die Gebärmutter sein, das kann der Darm sogar sein, aber es kann auch die Bauch- und Beckenmuskulatur sein und auch der Beckenboden, die dort dann sich verspannen. Hier hilft also Wärme, dass du dir die Wärmflasche, Badewanne etc. einmal draufpackst oder auch die Wärmepflaster. Was eben auch hilft, ist Bewegung. Auch da ist das gleiche Prinzip. Bewegung bedeutet mehr Durchblutung. Mehr Durchblutung bedeutet auch mehr Wärme im Gewebe und den Abtransport von Entzündungszellen, die auch immer entstehen, wenn es ein Schmerzereignis gibt. Und was bei sich verkrampfenden Muskeln auch immer hilft, ist Magnesium für 2-3 Tage zu nehmen. 3-600 Milligramm am Tag, je nachdem wie du es verträgst, ist auch ein probates Mittel. Wenn alle Stricke reißen und es wirklich sehr heftig ist, kannst du natürlich auch zu Schmerzmitteln greifen, die in der Apotheke erhältlich sind ohne Rezept. Ibuprofen wäre zum Beispiel so ein Klassiker, aber auch Buscopan zum Beispiel hilft gut bei solcher Art von Schmerzen. Wenn du noch weitere Fragen hast zum Thema Mittelschmerz, aber auch Endometriose oder Pelvic Congestional Syndrome oder anderen Arten von Unterbauchschmerzen, dann lass es mich doch in den Kommentaren wissen. Ansonsten findest du auch bei meinem Podcast, den es jetzt brandaktuell auf allen Plattformen gibt, viele Informationen auch zum Thema Unterbauchschmerzen, wird da einiges kommen. Kannst du auch gerne mal reinhören und sonst sehen wir uns im nächsten Video wieder. Viel Spaß bis dahin und Tschüss! Bis zum nächsten Mal!